Die Tomatenpflanze Die Tomatenpflanze werden nach den strengen Qualitätsvorschriften von Coop kontrolliert und verlesen, auf Bürsten schonend gereinigt, dann werden sie vorhanden sorgfältig verpackt, gerade richtig zum Verkauf in ihrem Coop-Laden. Sie sehen, erntefrische Qualität bei Coop bedeutet viel Leistung, Erfahrung und Schnelligkeit, denn auch bei den Tomaten gilt. Heute geerntet und morgen in ihrem Coop-Laden. Schweizer Tomaten voll Sonne und Vitamin. Bei Coop das Wochenende zum Hitaktionspreis, aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. Das aktuelle Ferienangebot vom Coop-Fotoservice. Für jeden Farbfilm, den Sie zum Entwickeln und Kopieren bringen, bekommen Sie beim Abholen einen Kodak-Farbfilm gratis. Und bis am nächsten Dienstag, zweimal 500 Gramm Gala-Spaghetti statt 3 Franken nur 2 Franken und 500 Gramm Lasanette statt 1,70 nur 1,20. Ein Liter Orangina für nur 85 Rappen. Zwei Flaschen Geschirrspülmittel Solo Le Mans statt 3,90 nur 2,80. Ein Kilo ausländische Boulet, tiefkühlt und Pfannenfertig für nur 3,60. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Kilo inländische Tomaten für nur 80 Rappen. Der aktuelle Preisschlager sind Damenstrumpfhose Gabi, zwei Bar nur 5,50. Und zwei Bar Finesse kosten nur 5,60. Und eine Doppelpackung Damesocken Jeunesse für nur 1,70. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017